hallo minecraft willkommen zur dritten folge factory wir sind immer noch hier und warten auf unseren zeppelin ich hoffe mal dass der jetzt gleich hier in die höhe sprießt finde es cool da oben ist die erde mit dem mond dass da müsste wer saturn hat glaube ich so ringe das müsste maß sein der ist rot also so braunrot ist natürlich die sonne ich weiß gar nicht was passiert eigentlich wenn ich runter fahre sterbe ich dann und alles ist weg sowie in im normalen skyblock auch also ist es ein hart mehr eigentlich ist ja kein hardcore ist nur survival und mal regnen dann hätte ich wasser aber bringt mir auch nichts weil ich habe kein kein teilen einmal ja worte packet mein deko kraft deko kraft ist ja auch drauf ich glaube ich bin da kann man nun so viele sachen machen aber erstmal brauchen wir hier die grundversorgung sind das bad rock bad rock mit so einem gesicht drauf ist sehr interessant kann das bäumchen mal wachsen das bäumchen soll wachsen diverse clay gibt so viele sachen 177 mod sind installiert bei dem pack hier das ist unglaublich viel stoff was es da gibt ein haufen redstone endermann essence vampire dress naja hier ist ja hier ist auch blatt magic und so zeug drauf da kenne ich mich überall gar nicht aus da werde ich dann eure hilfe brauchen alles mit juli mit juli spirit portal so ok und so können wir eigentlich auch diverse portale in andere welten wahrscheinlich gestalten sun collector mit juli in der sun was macht er ein spinning wheel macht er nicht aber man kann hier ein me bauen habt ihr sie eigentlich noch alle entwickler von 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 hier diesem teil hier sorry musste gerade gern jetpacks man kann sich ein jetpack bauen das ist cool das finde ich wieder toll da haben wir auch das mit der mit der karotte mit der nicht karotte jetpacks finde ich wieder kum um wirklich geil einmal am plating aber da braucht man so viel sachen alter ich werde hier so viel ich würde was ist das hier alles ich habe null ahnung ich war ja schon ein bisschen überrascht was ist hier so alles gibt aber wo ich das hier jetzt sehe ich check's gar nicht mehr ich check es nicht mehr verdammt ich habe schon wieder gegant okay deco craft ja klar deco craft kennen wir ja so viel zeug und hier tausend verschiedene essen wieder diverse jellies kiwi-jellie kiwi-jellie sandwich was gibt es noch mal fünf hunderbalken aber der wächst nicht 1 2 3 das wenn der baum mal wachsen würde könnte ich hier wieder irgendwas machen aber jetzt sitze ich schon sechs minuten hier bin ich fünf minuten glaube ich in der anderen folge natürlich habe ich daher den feld gelandet indem ich mal wieder den setting abgebaut habe aber ich hätte gern dass du jetzt wächst und zwar jetzt nicht erst nach ja mein schatz kein block warten warten und warten ich spiele jetzt mal vor bis der aus dinge hier gewachsen ist bis gleich ich da ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also so lange habe ich noch nie darauf gewartet, dass ein Baum wächst. Das war jetzt wirklich fast eine halbe Stunde für ein bäumchen ja ich weiß ich habe ihn zweimal neu gepflanzt glaube ich weil ich einfach gedacht das kann nicht wahr sein hier war die mitte so kann man hier mal und da mal erde hin und dann hat zwei bäumchen ich hoffe dass die bäumchen ein bisschen schneller wachsen als das gerade eben weil es kann ja wohl wirklich nicht wahr sein da wartet man eine halbe stunde auf ein einziges bäumchen so hätte ich nicht gedacht hätte ich wirklich nicht gedacht sagen wir mal dahin dann wissen wir dass hier die mitte ist 3333 in die richtung ich hoffe dass die bäumchen jetzt ein bisschen schneller wachsen ich mache jetzt trotzdem mal einen cut weil wie gesagt aus einer folge wo ich dachte die wird 15 minuten lang habe ich jetzt eine halbe stunde gewartet auf die bäumchen ungefähr 10 minuten gespielt aber so ist es halt manchmal warum ist eigentlich heute am tag der regenbogen am tag ist er ja da ja genau und in der nacht sind diese filmflammen die notlichter da so ich bedanke mich bei euch trotzdem fürs zuschauen auch wenn das eine relativ langweilige folge war für euch vielleicht für mich war es sehr aufregend und nervig aber ja so ist es halt manchmal ich wollte mal noch gucken ob ich dann noch irgendwie was questartiges das habe ich ja gemacht kraft sie und da habe ich kraft und guck ein kuss hier ja zwei achievement 2 so selbsternannte challenges habe ich gemacht und ja das war es dann für die heutige folge von minecraft factory es gestaltet sich etwas länger aber wir kriegen das schon gepackt also bis zum nächsten mal vielen dank fürs zuschauen ciao minecraft